Hey Leute, es ist der Kramix, hier war's Glarry Paul Berger, wir werden heute gemeinsam auf das Video One in Million Coincidences reagieren, also auf Deutsch übersetzt, 1 von 1 Million Fällen, also extreme Zufälle Leute. Ich würde sagen, wir starten rein in 3, 2, 1, lass natürlich immer ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. Let's go Leute, landet perfectly inside a moving car, through the window. Oha, krass, er hat den Ball einfach perfekt in das fahrende Auto reingeschossen. Ja, ich würde mal behaupten, Bro, der Ball ist weg. Lol. Dway, Matt Joyce, he is a baseball, back into the pitching machine, during that practice. Er hat einfach den Baseball genau zurück in dieses Loch von der Maschine rein, dass er wieder losgeschossen wurde. Lol, krass. This guy, cheating dead. Cheat activated. Lol. Lol. Er hat einfach, er hat wirklich Respekt plus 99. Digga, der Kerl hat echt irgendwie so, der hat wirklich Cheats gehabt. Beispielen von Leuten, die in der letzten Minute zu erinnern. Boah, der Typ gibt alles, er gibt alles, er gibt alles, der Fluss irgendwie Überschwemmung, dies, das. Und er wird umkreist vom Wasser. Guck mal, wie er losdüst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, wie er durchzieht, wie er durchzieht. Und das Wasser von hinten kommt. Alter, krank. Krank, Mission Impossible, Junge. Heftig. Er hat durchgezogen, Bro. Er hat durchgezogen. Loool. Alter. Alter. Krass. Fast ins Auge gegangen. Also die Mutter soll Spider-Man-Reflexe haben. Ja, das Kind ist nicht die Treppe runtergeflogen, er ist aber trotzdem hingefallen. Mutter hat ja zwar gute Reflexe gehabt, aber ich sage euch ehrlich, Leute, eine gute Mutter wird auch nicht ihr Kind schon, so ein kleines Kind schon so nah an die Treppe laufen lassen. Also das habe ich schon, was sowas angeht, bin ich aber sowieso krass. Echt, also wenn ich auch schon so manchmal irgendwo war und da waren so kleine Kinder und so und ich sehe schon so, ey, die laufen schon irgendwie so an der Straße rum oder so irgendwie. Ich kann sowas nicht sehen. Ich gehe dann wirklich immer schon so in Position, um die so zu halten, wenn die eben runterfallen. Versteht ihr, wie ich meine so? Ich sehe das immer schon. Ich würde mein Kind niemals allein schon so in Richtung der Treppe laufen lassen. Weil die sind dumm, der muss aufpassen, der muss aufpassen, der muss aufwarten. Ein brandneuer Super Nintendo. Krass. Er hat einfach so ein altes Mountain Dew aufgemacht, was damals halt, konntest du dann ein Super Nintendo gewinnen und das hat er irgendwie so 30 Jahre später gewonnen. Übelst nice. Wie war das gerade passiert? Er hat das verkackt? LOL. Er hat den einfachsten Schlag der Welt verkackt, der Idiot. Like this guy, winning events. Geil. Geil. Ja, das ist voll oft. Das hat man jetzt schon öfter gesehen. Ich glaube, in Amerika so Eishockey, Basketball und so gibt es voll oft so Events, wo irgendein Zuschauer einfach so eine Challenge versuchen darf und wenn es klappt, dann können die was gewinnen. Nice, Diggen. Benza gewonnen. Was heißt GLA? GLA hat er bekommen. Skü, skü. Und diese machen wir einen halben Kurschatz für eine freie Tuition. Nice. Ja, ist ein schwieriger Wurf, aber ist für mich jetzt nicht so ein geisteskranker Zufall. Ihr wisst schon. Und dieser, wer die Thumbs Up saved his life? Du kannst sehen, dass die Thumbs Up saved his life. Also nicht vergessen, dass die Thumbs Up... Was? Leute, stellt euch mal vor, ihr seid in der Garage oder so, und einmal einfach random kommt so ein Auto da reingeschossen. Geisteskrank. Okay, das ist ein kranker Zufall. Dass ihr den Golfball genau in das Loch reinhaut. Was? Krankester Shot aller Zeiten. Das ist wirklich eine von einem Millionen Fällen. Und dann berührt er den anderen Ball und fliegt rein. Unfassbar. 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 Das sind wirklich diese ganz kranker Zufälle. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja. Er fällt in der Box runter, er kickt sich immer wieder auf ganz smooth in seinen Korb rein. Wild. Also alle Hunde kacken gerade im gleichen Moment If you are just sitting in a wall, what are the odds that a horse will walk in? Was? Wow, das Pferd dreht ja anders durch Digger Was? Hitting a football player with a paper airplane Lol, er macht so einen Papierflieger und das Ding fliegt einfach so unfassbar weit aufs Feld Er hat das beste Papierflugzeug aller Zeiten gebaut Und er hat den einen Fußballspieler sogar noch betroffen Und alle drehen durch Germany in Canada tie for gold in Olympic two-man Bobsley Oh mein Gott Mendels Brothers, on a basketball court, sitting in the front row on a game after the murders, before getting caught The cat walking through his legs Hä? Wie sie sich da auch duckt, die Katze, als hätte sie da so groß Hitting down the drone For less than a dollar Boah Da fliegt eine Drohne, die einfach ein bisschen was kostet, auf jeden Fall Nein, wirft einfach Clubpack hier rein und das Ding stürzt ab And I couldn't find it And here is where it was found later Was? Okay, hat der einfach die Fliege damit gefangen Chicken poops egg with no shell And sister happens to catch it on camera Oh, ah, ach nee Oh mein Gott, nein This girl served matching a coffee mug perfectly LOL This was caught on a doorbell camera Wait for it Get the tissue Da f*** Morse To you First is shuttle LOL LOL Er wurde einfach gerade angekackt. Wild. Ah, das kennt man schon. Ja, das kennt man schon. Leute, Leute, Leute. Ich würde sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr krasse Zufälle dabei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer CryMix. Tschüss.